Hallo ihr Leute, hier ist euer Chris Martini bei Hunger Games und ich nehme jetzt hier diese Folge auf, obwohl eigentlich was anderes geplant war. Und zwar war ursprünglich geplant, dass ich jetzt anfange die Folgen hochzuladen, die ich mit dem Wertengefährten Lucassel9595 aufgenommen habe. Allerdings ist bei den Aufnahmen etwas schief gegangen und zwar hatte ich den Sound falsch eingestellt. Also ich war zu leise, er war zu laut und auch wenn man es dann bearbeitet hätte, oder ich habe es bearbeitet, aber auch dann nach dem Normalisieren der Tonspur und dies und das. Ja, da wurde natürlich mein Rauschen lauter und leiser und so ein Quatsch und das war dann nicht mehr anhörlich, etwas ansehnlich. Und ja, ich dachte jetzt, bevor ich jetzt gar nicht so klar, weil ja die erste Folge habe ich dann halt erklärt, weil wir auf einem anderen Server waren und so. So, jetzt bin ich halt wieder hier auf 5MC, weil jetzt gerade zur Zeit mehr hier auf dem Server sind, als auf dem anderen. Der andere Server war, hieß rennschnitzel.de oder sowas. Ja, und ich dachte, ich mache jetzt hier nochmal die Einleitung halt alleine, aber ich dachte, es ist besser, bevor man hier gar nichts macht. Oh, warum hängt es denn jetzt hier? Nein, nein. Hä? Was? Ja, okay, so irgendwie, ich weiß auch nicht, komischerweise ist meine Inventartaste gerade hier auf dem anderen gewesen. Egal, dann muss ich auch mit zurechtkommen. Wir sind ja anpassungsfähig. So, gucken wir uns mal um, wo sind wir hier? Ja, der rentt da hin. Ich weiß auch nicht, wo wir hier sind. Ich glaube, da hinten waren diese komischen Baum-Abholz-Maschinen-Dinger, oder? Ja, richtig, okay, gut. Dann rushen wir mal da hin. Ja, es ist natürlich doof, dass ich jetzt nicht den anderen Server zeigen kann, weil aber da waren jetzt leider nur neun Leute drauf. Aber sonst ist da eigentlich immer besser oder mehr befüllt, sagen wir es mal so, als wir aufgenommen hatten. Da waren da, ja, keine Ahnung, relativ viele auf jeden Fall. Oh, da ist ne Kiste. Zack. Okay. Ach ja, scheiße, ey. Ist ja wieder auf E hier, ey. Okay, das kann noch zur Irritation führen hier. Na ja, machen wir das Beste mal draus. Muss ich mir jetzt einfach mal hier merken, dass das wieder auf E ist. E, ey. Richtig doof. Also ich hab's normalerweise auf C, deswegen... Also wenn ich mal ein bisschen hänge in den Kisten, ne, dann hab ich wieder falschen Knopf gedrückt. Falsche Taste. So, hier irgendwo, da haben wir was. Zack, zack. Gut, haben wir schon wieder... Oh, Alter, ey. Und da haben wir auch noch ne Kiste. Gut, haben wir schon mal ein Steinschwert. Oh, Mann, Alter, ich drück immer... Oh! Das regt mich jetzt auf, Alter, das stell ich kurz mal um, ey. Controls, Inventar, C. Done, done, back to game. So, mein Gott, ey, das hätte doch jetzt... Besser so, als wenn wir da jetzt noch massig Zeit verschwenden mit dem komischen Rumpf. Angeklicke da. So, also ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir jetzt ein Schwert haben. Rüstung, haben wir. Na gut. Zack, zack, einen Bogen haben wir. Andere Schuhe, die sind auf jeden Fall schon mal besser hier. So, 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 mal gucken hier. Was haben wir hier? Da oben könnte auch was drauf sein. Ach, wir gehen einfach mal drauf. Ach, jetzt lauf doch mal. So, so, so. Jetzt sind wir oben. Hier ist keine Kiste drin. Ist hier am Rand eine Kiste, ja. Gut, jetzt haben wir auch schon Pfeile. Das heißt, wir können jetzt unseren Bogen benutzen hier. Jetzt mal nochmal hier flüchten. So, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen bessere Rüstung finden würden oder sonst was. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Dann könnte da hinten was sein auf der Brücke. Habe ich es gerade neulichst gesehen. War da einer? Oh ja. Bam. Okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Von mir aus. Dann halt nicht, dann halt nicht. Gucken wir mal. Die hat anscheinend irgendwie gar nichts. Naja. Ja, aber ist die dumm? Oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Dann war hier halt noch nichts. Ähm. Aber wie es aussah, hatte die nichts. Also, hat es auch noch nicht raus, da irgendwas machen los. Ja, also die kriegt auf jeden Fall nichts. Ähm. Ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht snack ich sie mir gleich. Auf jeden Fall gucke ich mir erst mal den Stuff hier. Ich weiß gar nicht, was die für ein Problem hat, dass sie sich hier die Kisten holt. Was willst du denn von mir? Kaktus, I need food. Äh. I don't have any. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier, ähm. Can I have a weapon? Werd mal, A17 oder was? Oh, 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 oh. Ah. Sorry, but I kill you. Okay, sie rennt schon weg. Ja, war jetzt halt eine Graultat, aber guck mal, ach, wir können ja uns eine super Suppe machen hier. Und gleich noch eine. Gucken, ist irgendwer. Ja, guck mal, da ist er. Schnell noch die Suppe los. Nein. Vielen Dank. Huchuchuch, können wir erstmal hier regenerieren, alter Huchuchuch, das war jetzt aber ganz schön knapp hier, haben wir was Gutes gefunden hier, Chain Helmet, das haben wir schon, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, gebackene Kartoffel, können wir uns nochmal hier reinlegen. Erstmal ein bisschen aufladen hier, guck mal hier, haben sie die Kiste gefunden, boah, puh, zum Glück. Besser als das dies haben, wir brauchen sie zwar nicht, aber, boah, puh, hab ich hier schon fast wieder gedacht, ey, jetzt ist schon wieder vorbei. Aber wir haben noch mit ein paar Herzen genug Widerstand geleistet. Ähm, boah, Alter, wie überall noch was drin ist, hab ich schon genug hier, ne. Ich merke ja allein, kein Eisenschein, ach, mir ist gerade irgendwie voll kalt, boah. Müde und kalt, es kommt immer gut. Gut, also jetzt sind wir wieder hier. Ja, gut, also, es läuft, es läuft gut, es läuft gut. Ähm. Ja, gucken wir mal hier, also wenn da hinten schon die Kisten alle nicht. Boah, boah, boah. Hier haben wir noch eine geile Kiste. Ja, bringt uns jetzt nicht so viel. Boah. Hier haben wir noch eine Kiste, zack. Ja, ran, nur essen. Boah, boah, guck mal, das ist hier eigentlich ganz interessant, die könnte man dann noch, ähm, Alter, ist mir irgendwie gerade kalt. Könnte man dann, ähm, falls man gerade verfolgt wird, so setzen und so. Hier haben wir noch was. Dä, 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 dä. Also ich muss sagen, ja, geil verschwindet, na egal. Ähm, nach oben kann man die nicht, wa? Ach cool, dann kriegt man aber Dings hier. Okay. Also könnte man sich dann irgendwann einen Bogen bauen, das wäre ganz cool. Wir haben zwar schon einen Bogen, aber Allein die Tatsache an sich ist doch, oh. Interessant. Sieben Tributes remain. Okay, also ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier irgendwelche... Boah, oh Mann, was ist denn jetzt gerade los, äh, ich zitter hier voll. Boah. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwen finden. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf, ähm, Jagd. Boah, boah, boah. Mein Gott, ich weiß auch nicht gerade los, was los ist. Irgendwie. Boah. Mir geht's jetzt hier gerade voll ab, ey. Boah, ist mir irgendwie gerade, zitter ich hier. So, bis jetzt habe ich noch keinen hier im Sichtfeld. Mal gucken. Man könnte ja auch mal zum Spawn, wie sieht's aus hier. Mhm. Dann können sie langsam wieder Richtung Spawn gehen, da jetzt ja gerade hier die Sonne runtergeht. Wir können uns mal hier ein bisschen gebackene Kunde, äh, Kartoffel, eine gebackene Kartoffel reinziehen hier. Und dann versuchen wir mal wieder zum Spawn hochzukommen. Ja, damit wir da, ähm, ein bisschen loopen können. Zack und zack und zack und zack. Jetzt wird's langsam dunkel hier. Wir können uns hier nochmal, hala. Ah. Ist okay. Alter, er glaubt auch zwei nebeneinander hier. Leather. Ah, kacke, lass mal liegen hier. Aber jetzt müssen wir zwei langsam hier mal hoch. Alter, wieso wurden denn hier die ganzen Kisten noch nicht geleert? Ein Bowl. Ich nehme mir mal die Dings hier. Also irgendwie hat hier kein, ah, keinen Bock hinzugehen. Äh, also wir müssten uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Also ich weiß, ich weiß immer noch nicht ganz genau den Zeitpunkt, wann, ähm, dass da nachgeführt wird. Ob das jetzt immer noch so ist. Don't know. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Einfach erstmal zum Spawn hinkommen. Damit wir uns da wieder was holen können. Und sonst einfach schon mal hier. Auch gut. So. Wo sind jetzt hier diese Sprungdinger hier? Ach nee, hä, wo bin ich denn jetzt hier? Ach nee, der Spawn ist da hinten irgendwo, ne? Okay. Ich bin jetzt gerade hier. Aha. Also auf der Seite der Map da war ich jetzt noch nicht so oft hier. Ich kenne mich eigentlich gar nicht aus auf der Seite. Ja, gucken wir mal. Machen wir mal das Beste draus, wo wir hier sind. Jetzt haben wir noch eine Kiste. Ich denke mal, die müsste jetzt leer sein, weil wenn die jetzt nicht leer ist, dann gibt das ja noch weniger Sinn. Ja, genau. Genau, genau. So, wie kommen wir da hin? Da oben müssen wir hin. Zack. Und, genau. Da sind zwei, weil wir dann einfach mal hoch zum Spawnen. Das ist jetzt auch Wain. Und essen nebenbei unsere Suppe hier. Ja, komm, dann lauf nochmal kurz, bis unsere Energie hier wieder hoch ist. Ich weiß gar nicht, warum die Mucke... Alles. Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, fuck off. Ähm. Oh Mann, Alter, was ist mir denn hier so kalt, ey? Ja. Gut, ähm. Wie auch immer. Ähm. War jetzt... War jetzt ganz interessant. Na, egal. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch alles gesagt hatte. Wie gesagt, ähm, die ersten Aufnahmen von, ähm, den Runden, wo wir zusammengespielt haben, waren versaut. Aber die zweite Hälfte, nachdem mir dann aufgefallen ist, dass der, ähm, Ton nicht richtig eingestellt war, die gehen dann wieder. Ich fange dann auch mit denen an. Ähm, das diente jetzt nur so als, ähm, halt Einleitung, weil die erste Folge halt, da habe ich über den Server geredet und so weiter und so fort. Und ich wollte jetzt nicht gleich, äh, einfach gleich die nächste Folge hochladen, ähm, bei der dann losgeht und über irgendwas geredet wird und man gar nicht versteht, ja, hä, das wurde doch noch nie gesagt oder so. Ähm. Genau. Wir können einfach mal gucken jetzt, ob wir, ob wir da... Ah, gut. Was hier so abgeht, was hier so abgeht. Ähm, wie gesagt, es ist, ähm, der andere Server, habe ich ja schon gesagt, wie er heißt. Ich kann ja auch in die Videobeschreibung nochmal, jetzt schon in dem Video halt, ähm, den Link reinmachen. Ähm, der ist eigentlich auch ganz cool. Da ist jetzt, ist ein bisschen anders alles. Also auf jeden Fall, die Kisten werden halt nicht nachgefüllt nach einer Zeit. Und rechts am Rand, ähm, wurde jetzt halt dieses Scoreboard genutzt, indem man dann halt seine Kills sieht, seine Punkte und sowas. Und, also, das ist, der wurde überarbeitet jetzt, äh, und dementsprechend, ähm, dementsprechend viel steckt da auch hinter. Ähm. Naja, halt einfach, könnt ihr euch drauf freuen, auf die nächsten Folgen. Ähm, ab und zu war es jetzt halt auch, ähm, haben wir auch zu zweit. Jetzt konnten wir es nicht schaffen, weil ich weiß gar nicht mehr genau, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, irgendwas war aber, ein paar Mal haben wir auch gewonnen. Ähm, leider auch einmal in der ersten Hälfte, wo der Ton halt falsch war. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, Interesse besteht, dass, dass dann auch hochgeladen wird. Denn, ich hatte die erste Folge hochgeladen, mit halt dem überarbeiteten Ton und sowas. Aber, das konntest du dir nicht antun, weil, immer wieder kam so, immer so, der, der Ton, der war versaut, durch das, ähm, Rauschen, was dann halt durch das Normalisieren immer, ähm, lauter gemacht wurde. Und, äh, ne, das will, das will ich keinem antun. Ähm, ja. Ja, deswegen gucken wir uns hier nochmal ein bisschen zu, hier, wie immer, wie heißt er? Immer, jod, jod, was, ich kann es gar nicht lesen, wenn hier läuft. Immer, jod, 0, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Food. Schreiben wir hier mal, ja, ne, ist egal. Bam, bam, deine Oma. Ja. Hey, wieso machen die denn hier nichts? Los, los, kämpf doch mal. Guck mal hier. Kick ihn doch in die Lava, los. X-Nava-F-Gamer-Diffenny. Right. Dead. 98, was heißt die 98 davor? Keine Ahnung. Ach, jetzt hat es irgendwen, irgendwer hat jetzt hier. Food. Eye-Killers. Ach, guck mal hier. Das ist, äh, anscheinend ein Team. Guck mal hier, der Shadow's Hedgehog Skin. Da, da, da. Ja. Das sieht jetzt nicht so gut aus hier. Ja, gut. Scheint so. Als ob die jetzt hier gleich einen auf Deathmatch machen hier. Na'Nava-F-Gamer. Die geile Sau. Die geile Sau. Ja. Ja, also. Es lief ja relativ gut. Aber, ähm. Da ging Ende. Ich hab irgendwie voll nichts mehr gesehen. Weil hier auch, ähm. Mein Bildschirm hier grad so spiegelt. Da war es halt grad ein bisschen dunkel. Und ich konnte jetzt auch nicht die Helligkeit hochstellen. Und bla. Ja, wertet es als Ausrede. Ist es auch. Aber, na. 54 Sefstone. Muss man. Bettelt euch. D-d-d-d. Ist ja noch was drin? Nein. Gucken wir jetzt mal die Arena von außen an. Aha. Ah, ja. Meck. Ja, ja. Ja, sehe ich auch so. Okay. Ja, los. Mach doch mal hier was. Irgendwer. Ja. Wettelt euch. Ja. Was heißt hier? Okay. Ja. Müssen wir da selbst drauf kommen. Warum machen die denn hier nichts? Mensch. Haller. Ja. Ja, es ist natürlich. Surroundest Internet. There was no winner. Lame. Okay. Ähm. Ja gut. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Demnächst kommen irgendwann mal Runden halt mit Lukasel 955 zusammen. Ja. Dann verabschiede ich mich erstmal für dieses Mal. Und sage haut rein Leute. Und ähm. Ja. Haut rein. Ciao.